da nur geilo ist am stil und weiter geht es hier bei billow dem billow mann irgendwas will ich herstellen war ja keine neue krieg das ich schwöre wir wenn du was geklaut hast du behältst sie doch im auge oder ich pass auf beste stimme gehen wir nicht auf den sack klicker sind echt die gefährlichsten du kannst dich nur mit einem messer retten und das ist ressourcenverschwendung richtet messer sind echt wichtig im spiel mindestens eins sollte man immer bei sich haben schön hast du es hier wenn du was zu beichten hast bist du hier genau richtig ich werde nichts anfassen aber ja die schule ist wirklich gesehen jeder ort der hier quasi bereist wird es wirklich gibt sie ist die usa ist und sie gibt es ja klar ich meine ob die stadt 1 1 nachgebohrt wurde das nicht noch angucken ist ja nicht wenn du meinst hinter dem tor kenne ich mich überhaupt nicht aus kein thema und da ist wirklich da ist ich so 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 Ich habe zweimal daneben geschossen. Ist das ein Witz, oder? Der letzte hat getroffen! Boah. Scheiße, ich habe alles daneben gefeuert, ey. Scheiße, bin ich halt. Ich kann mich mal aufheben. Kein einziger Pfeil? Ist klar, du mich auch. So habe ich hier Platz. Oh. Ich brauche Pfeile. Meine Pfeile. Ich will nicht mal noch das verschwenden. Alle Pfeile der Elmschießungen. Die Läser nicht nur zu finden. Meine Pfeile. Ich brauche nicht mehr zu nehmen. Ich brauche das Messer. Ich wollte was verschwenden dabei. Das ist ein bisschen verrückt, ey. Das ist ein bisschen verrückt, ey. Boah, ey, alter, ich hab's... Boah, wie auf die sich einfach gedreht hat. Das war verdammt knapp. Dann schrei nicht. Moment. Ich habe einen Schlüssel. Ich dachte, du kennst dich hier gar nicht aus. Wir sollten sehr leise sein. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So. Damit das Messer abdreht. Genau so. Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? Oh, ja. Das ist auf keinen Fall. Ja. 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 Aber da war's. Ja. 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 Genau. Ja. Äh. Ja. 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 wo ist der clicker wieso stöhnst du jedes mal der einzige abbrennt alter josh ich habe die stelle eigentlich wirklich gut gemacht jedes mal ich muss mich immer erst mal ins spiel einfinden so 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 muss ich die nur treffen oder was hätte könnte ich auch ein paar erledigen uhr klappe halten boah junge gut dass ich beide wieder kriegt ok jo so 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 es geht Boah, Junge. Oder? Hat kein Rat was? Ne. Alter. Hier lang. Sie ist von drinnen verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Vielleicht wäre eine Waffe echt nicht schlecht. Okay, Bill. Drinnen sind noch mehr von diesen Klickerdingern. Oh, scheiße. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Gehört, Mann. Was ist ich? Ich. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? alter drunter Alter. Boah, Junge. Sind die beide zerbrochen? Oder... 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 Ich frag mich ob ich schießen soll. Ich glaub das wär sogar meine Situation, was du klickst du jetzt. Oder? Ein Klicker. Wie weit ist das Bild? Es ist nicht mehr weit. Wir müssen es schnell durchziehen. Ich will da nicht in der Falle sitzen. Okay, verstehe. Alter Schwede. Junghäle. Okay, los, wofür. Alter. Na los, na los, na los. So. Ja. Wer hat das da gelassen? Hast du Freunde hier? Nein. Aber ich kann mir schon denken wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nebenan. Dann gehen wir rein. Guck mal Ellie. Boah, ich bin grad echt angespannt ey. Wie ein scheiß Bogen ey. Wieso schieß ich nicht zweimal in den Körper? Der Kopftreffer. Der Kopftreffer war tot. Der Kopftreffer war zwar tot, aber bringt mir nichts wenn ich dreimal dafür daneben schieße. Das ist besser wenn ich zweimal in den Körper schließe. Ja? Ja? Endlich mal. Ich bin einfach meine Lieblingswaffe. ich habe gerade ein messer hergestellt was habe ich gesagt da ist der tag ragt aus der schule raus da hinten sind einige wir müssen leise sein ich laufen stimmt die nahe so mit einem schuss hat ich gesagt dass es leicht wird Nöööön. Was ist hier da in der Freie? Ganz leise! So ist es gut. Kind of fun. Scheiße! So ist es gut. So ist es gut. So ist es gut. So ist es gut. Ich sehe oder höre keinen mehr. Gut. Ich dachte ein Blatt hinter dem Bus, maaaain. Alli, lauf, lauf! Scheiße! 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 das war einfacher als gedacht wir müssen woanders stecken die erwischen einen hier immer und nichts riskieren wie kommen wir rein da kann man nichts gegen eine leiter auf dem bus schnell zu einem speicherpoint auch ich will irgendwann meine pause warum habe ich eine leere waffe bei mir die über eine volle woche mit dem wäre geht auch alles okay wir müssen nur zur motorhaube kommen warte ich will beim nächsten speicherpoint mein haus wir holen uns die batterie und wir machen dass wir hier weg wir müssen die batterie zu kommen los jetzt machen zu die metalltür zu stellen war die holztür nicht spiellogik ja aber ich würde sagen so go go os Vielen Dank.